In den letzten 35 Jahren, da habe ich immer wieder gehört, dass Menschen zu mir gesagt haben, Uwe, ich kann nicht verkaufen, als Verkäufer muss man geboren werden, da hat der Teufel seine Finger mit dem Spiel und all diese Punkte. Und in diesem Modul möchte ich gerne mit Mythen aufräumen, die um das Thema Verkaufen so bestehen, vielleicht auch Glaubenssätze bei dir ausräumen, wenn die denn bestehen sollten, dass du dir selber vielleicht sagst, ich tue mich ein bisschen schwer im Verkauf, auf fremde Menschen zuzugehen, einfach jemanden anzurufen oder ein Angebot zu machen oder was auch immer. Und nach diesem Modul wirst du eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Verkaufen haben. Wir fangen an einmal direkt mit den Mythen und dann werde ich dir so ein bisschen was darüber sagen, was du bereits an Fähigkeiten in dir trägst, von denen du vielleicht heute gar nicht weißt, dass du sie hast. Aber fast jeder Mensch trägt sie in sich. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass so ein Top-Verkäufer oder eine Top-Verkäuferin in dir schlummert. Und ja, den wecken wir jetzt auf. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass uns einmal starten mit den Mythen im Verkauf, was ich so die letzten Jahre immer wieder höre. Man muss als Verkäufer geboren werden. Ist das tatsächlich so, dass man als Verkäufer geboren werden muss? Ich sage dir noch was ganz anderes. Jeder von uns wird grundsätzlich erstmal mit fast allen Fähigkeiten, die ein Top-Verkäufer braucht, tatsächlich geboren. Wir haben Neugier in uns. Wir haben Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit etc. All diese Punkte, die tragen wir bereits als Kinder in uns. Wenn du Geschwister hast oder wenn du vielleicht selber schon Kinder hast, dann achte doch mal drauf, wie die ihre Meinung oder das, was sie von dir wollen, an dich verkaufen. Und da wirst du feststellen, dass die sehr häufig zum Abschluss kommen. Mama, wenn ich das und das mache, kriege ich dann das und das. Das ist eine Vereinbarung letztendlich, wenn du so möchtest. Und als Kinder haben wir sehr, sehr viele Dinge in uns, die wir als Top-Verkäufer später wieder brauchen können. Aber Neugier zum Beispiel, das geht uns im Laufe des Erwachsenwerdens verloren, weil wir natürlich viele Dinge dann auch irgendwann wissen und dann vielleicht nicht mehr so neugierig sind. Und wenn du im Kundenservice tätig bist oder im Verkauf oder in irgendeiner Form mit Kunden zu tun hast, dann solltest du dich immer für dein Gegenüber interessieren. Du solltest Fragen stellen und vor allem, ja, du solltest auch neugierig sein. Und wenn du das nicht bist, dann kann das dazu führen, dass dein Kunde denkt, okay, du interessierst dich nicht für ihn. Du willst nur deinen eigenen Stiefel durchziehen und dann werden Kunden dir nicht vertrauen. Und wenn sie dir nicht vertrauen, dann kaufen sie auch in den meisten Fällen nicht, zumindest dann nicht, wenn es ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine hochpreisige Dienstleistung ist. Glaubenssatz Nummer zwei. Verkaufen ist etwas Schlechtes. Und ja, es ist etwas Schlechtes, wenn dein Kunde dein Angebot nicht möchte. Oder wenn du deinem Kunden ein Angebot machst, bestimmte Dinge nicht sagst und er geht von etwas anderem aus, dann hat er ein negatives Kauferlebnis. Und dann ist Verkaufen tatsächlich nicht gut. Nicht für deinen Kunden und auch nicht für dich. Denn wenn du falsche Versprechungen machst, dann wird dein Kunde nur einmal bei dir kaufen, die Ware zurückbringen im schlimmsten Fall und dann dich auch nicht weiterempfehlen. Im Gegenteil, er wird vielleicht sogar noch negative Werbung für dich machen. Deswegen, Verkauf ist nur dann was Schlechtes, wenn dein Kunde es nicht möchte zum einen oder aber falsche Informationen bekommt. Und dann solltest du tatsächlich darüber nachdenken, ob du nicht, ja, vielleicht dir ein bisschen mehr Mühe gibst, dir neue Argumente suchst, damit du nicht irgendwas verheimlichen musst. Weil das ist tatsächlich nicht der Weg, wie du langfristig Kundenbeziehungen aufbaust. Mach, dass dein Verkaufsgespräch etwas Schönes ist für dich und deinen Kunden. Wie das funktioniert, das zeige ich dir, damit Verkaufen bei dir etwas Gutes ist. Und der dritte Mythos ist, Verkaufen geht nur über den Preis. Und da muss ich ein Nein drüber schreiben. Warum? Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, die auch andere verkaufen, dann kann es durchaus sein, dass der Günstigere gewinnt, je nachdem, was es für ein Produkt ist oder was es für eine Dienstleistung ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, wenn dein Kunde dich mehr mag als den Verkäufer B, der das gleiche Produkt hat, vielleicht sogar ein bisschen günstiger als du. Du bist teurer, bist aber viel sympathischer, viel empathischer, interessierst dich für deinen Kunden, gibst dir mehr Mühe, er fühlt sich wirklich bei dir gut aufgehoben. Dann wird dein Kunde auch bei dir kaufen, wenn dein Produkt oder dein Angebot etwas teurer ist. Warum? Weil wir lieber Menschen, die wir mögen, unser Geld geben, unser Sauer verdient ist, als Menschen, die wir nicht mögen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du verstehst, das erste Produkt und auch das beste Produkt, das dein Kunde kauft, auch wenn du im Customer Care Bereich tätig bist, das bist du selbst. Also dein Kunde kauft zuerst dich, bildlich gesprochen, bevor er dein Angebot annimmt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Deswegen soll man sich im Verkauf ja auch entsprechend verhalten, sich Mühe geben, aber dazu gerne später mehr. Als vierten Glaubenssatz, was viele Menschen auch so von sich geben, wenn man über das Thema Verkaufen spricht, dass Verkäufer schmierige Typen sind. Da gibt es so ein klassisches Bild, was man da im Kopf hat und Verkäufer sind dann schmierig tatsächlich, wenn sie sich nicht um ihre Kunden kümmern, wenn sie einfach nur ihr Produkt loswerden wollen, dann mag das zutreffen. Echte und wertschätzende Verkäufer sind alles andere als schmierig, denn die besten Verkäufer, die helfen auch. Sie erfüllen Wünsche, sie erfüllen Bedürfnisse oder stillen Bedürfnisse oder sie lösen Probleme oder Schmerzen. Wenn du im Kundenservice einen Kunden quasi am Telefon hast, der sich wegen irgendetwas beklagt und du hilfst ihm dann dabei und bietest ihm danach vielleicht noch ein Zusatzprodukt an, weil du sagst, Mensch, vielen Dank für Ihren Anruf, damit Sie unser Gespräch in schöner Erinnerung behalten. Habe ich nochmal ein kleines Angebot für Sie, ein Dankeschön oder was auch immer und dann stellst du das vor. Dann ist das partout nichts Schlechtes und auch alles andere als schmierig, denn du hast dem Kunden ja bereits geholfen und ansprechen solltest du es immer, wenn du so Cross-Selling-Angebote hast. Warum? Weil dein Kunde alt genug ist, um selbst zu entscheiden. Wichtig ist, entscheide nie für den Kunden mit, aber auch das kommt später nochmal dran. Und Glaubenssatz Nummer 5. Verkaufen geht nur, wenn man flunkert, also wenn man irgendwelche Storys oder Geschichten erzählt. Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Storytelling ist tatsächlich erlaubt, alles gut, solange es der Wahrheit entspricht, solange du Beispiele hast vielleicht von anderen Kunden, die ein ähnliches Erlebnis hatten und das dann dazu nimmst, um deinem Kunden seine Kaufentscheidung vielleicht leichter zu machen. Oder wenn du im Customer Care Bereich tätig bist oder wenn du Coachings oder Dienstleistungen verkaufst, dann solltest du immer bei der Wahrheit bleiben und lieber dich nochmal rückversichern, dass dein Kunde auch alles verstanden hat. Weil nichts ist schlimmer, als wenn dein Kunde irgendwie von etwas ausgeht und dann das Produkt nach Hause bekommt oder die Dienstleistung in Anspruch nimmt und dann das Kundenversprechen nicht gehalten wird. Dann fängt das tatsächlich an, dass ein Kunde dir nicht mehr vertraut und wenn er dir nicht mehr vertraut, kauft er nicht mehr bei dir und dann auch wird er dich nicht weiterempfehlen. Deswegen lass das Flunkern weg, bleib bei der Wahrheit, mach das klar auf dem Tisch. Du musst nichts verschleiern. Wenn du ein guter Verkäufer bist, dann hast du das wirklich nicht nötig. Und Glaubenssatz Nummer 6, Kaltakquise ist tot. Das höre ich vor allem in letzter Zeit immer wieder von unseren Coaches, von unseren Trainern, die bei uns im Coaching sind, die dann sagen, Mensch Uwe, ich kann doch die Leute nicht einfach anrufen. Doch, das kannst du, wenn du dich traust. Klar, wie das funktioniert, zeigen wir dir ja. Aber egal, wie du deine Kunden ansprichst, ob du sie anrufst, ob du ihnen einen Brief schickst, ob du eine E-Mail schickst, wir reden von Bestandskunden oder aber von Firmenkunden, wo du das darfst. Aber bei zum Beispiel Firmenkunden ist es unerlässlich. Wir sind die ganze Zeit am Kaltakquise machen. Wir schreiben ununterbrochen Firmen an, schreiben E-Mails hin, rufen sie an, zeigen, was wir an Dienstleistungen anbieten und so weiter. Warum? Weil unser Produkt, unser Coaching, dieses Coaching, was du besuchst, hilft dir dabei, dein eigenes Produkt zu verkaufen, deine eigenen Kunden besser zu verstehen, ihnen zu helfen. Und deswegen ist es unser größter Anspruch, so vielen Menschen wie möglich davon zu erzählen, dass wir ihnen helfen können. Und wir halten unser Kundenversprechen. Und dann ist Kaltakquise alles andere als tot. Du musst nur wissen, wie du es machst, wenn du so plump einfach Leute anrufst und dann sagst, hey, wie will ich mir was verkaufen oder so, dann wird das natürlich nicht klappen. Aber auch das zeigen wir dir im Verlauf des Coachings, wie man am Telefon sich verhält als Beispiel, wie man auch einen Termin vereinbart, dann dorthin geht und wie man dann seinen Kunden davon überzeugt, von dem, was man anzubieten hat. In der nächsten Lektion sprechen wir darüber zehn Gründe. Du musst ein bisschen nachdenken, warum du verkaufen lernen solltest, auch wenn du nicht im Verkauf tätig bist. Und danach wirklich solltest du deine Meinung tatsächlich über das Thema Verkauf, Kommunikation verändert haben, denn dann wirst du feststellen, okay, das hier, das bringt mir mehr als nur im Beruf oder im Job. Das hilft mir auch privat weiter und erfolgreich zu werden. Bis gleich, dein Uwe.